Tätig. Fünf, Fünf, Tätig. Eins. Seid. Wollen wir, dass es schnell wirklich ein gutes Timing angeht. Wollen wir, dass deine Füße gerne für dich ist? Wie machst du... mit dem Schläpschuh? So ist das, 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 das. So ist das, 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 das. So ist das, das, das. So ist das, das, das. So ist das, das. So ist das, das. 1, 2, 3, 4! 1, 3, 5! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5! Das Album gilt aus einem der ersten Konzepte von Popmusik und aus Meilenstein von diesem Genre. Warum ein Album von Popmusik hat so einen grossen Aufwand, braucht es für das Cover und allgemeine Musik. Das Album von Scover ist ein herausragendes Werk in der Geschichte von Coverkunst. Kommen wir zur Band Milchglieder. Die Band besteht aus vier Personen. Ein Sänger, zwei Gitarristen und einem Schlagzeuger. Der Sänger ist Mick Jagger. Seine Stimme ist zum Artenzeichen der Band Rolling Stones geworden. Er kennt den Gitarristen Kate Richards schon seit seinen Jugendjahren. Und zusammen komponieren sie auch wieder. Der Kate Richards ist auf dem vierten Platz der 100 besten Gitarristen. Dann haben wir den Rock-Bitarristen Ron Wood. Er ist sehr lange nur als Angestellter von den Bands ermittelt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist schon lange nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.